Nun am Start Traudl Hecher, 16 Jahre jung aus Österreich. Nach einem Sturz ausgerechnet beim Spazierengehen muss sie mit vereistem Knöckel fahren. Dennoch ist Heidi Bibels Bestzeit in Gefahr. Erst als Traudl Hecher das Ziel erreicht, ist das Rennen entschieden. Im Abfahrtslauf Bronzemedaille für die Österreicherin. Silber für Penny Pitou und Gold für Heidi Bibel Deutschlands.